wir haben zurück das ist gut so alles ok wir werden die mann einfach nur noch mal weiter ich hab doch ich hab doch gespeichert oder war doch eine Rundenspeicherung Moment ich hab doch gespeichert da war doch eine Rundenspeicherung oder wie kommst du im Modus dann müsst du fortsetzen ja das war jetzt nie ok 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 alles ok Leute alles ok Timer ist gestartet jetzt oh wir machen das nochmal weiter ich hab das gar nicht gesehen Rundenanzahl dann ist das gar nicht ich hab das gar nicht gesehen ich hab das gar nicht warum hab ich mir für Gamecube keine meine Party gekauft ich weiß es gar nicht nicht ich hab doch ich hab das gar nicht gesehen weg das weiß ich mach ich geht oder was? Und dann einfach eine Richtung wählen oder was? Boah geil! Eine Hand! Keine Sache. Eine neue! Wie kommt man, Rulett? Jemand weiß, was dich erwartet. Empfänger Obos in den Stern bringen. Ja, wie erst? Nein. Du bist sicher, wenn du nicht gewinnen willst. Starte das Rulett. Ja, das wird viel scheißen. Oh, die Kupo-Bahn. Möchtest du einen Dücken aus Rulett suchen? Nein. Keine Kupo-Bahn. Also das hier dauert alles ziemlich lang. Ach so, Ende 52 steht's ja. Okay. Nichts. Was ist das jetzt? Da muss ich mal würfeln. Okay. Ist das mal würfeln? Okay. Oh, das ist das Schattel von ich bin. What? Was bin ich denn jetzt ... Was ist das jetzt? Da kann ich einfach würfeln? Okay. ok das ist natürlich interessant ok alles klar das ist natürlich sehr interessant mal gucken was wir die kleinen ich jetzt mal die kleinen pinselte mal schauen was der mir bringen ja das ist ein maxi pilz er da auch alle gegen lüchi also 3 gegen 1 alle gegen mal lüchi 3 gegen 1 spielt ein heim für fische fülle den tag mit aus einem wasser damit schiff 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 dann entspannen kann weil lüchi a b a i drückst du bist ok wir müssen quasi punkten b a i ist ein error der error ok wie und 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 Ah, Falscher! Wer hat das von ihm? Da hab ich denn die Scheiße gebaut! Das war mein Fehler, aber am Anfang. Das war mein Fehler am Anfang. Ich hab Y und X verwechselt. Scheiße! Kacke! Naja. So ist das halt. Das ist ein Spiel. Jetzt tauscht hier Platz aus niemanden. Warum denn? Er kann doch zum Stern gehen. Das bringt's jetzt voll. Das bringt's voll, oder? Oh, ich bin hier ein Wechsel getauscht. Aha! Geil! Aha! Man kann das hier übermissen, so links und rechts. Okay. Geil. So, dass ich hier jetzt mal diesen Pilz... ...und so links und rechts. Wie? Oh! Das ist nicht einfach. Wenn du mir das gleiche habe. Wenn du ein Korai 시청ierst, dann sagst du ein Kochanier einer Händler, das ist nicht richtig. Wenn du da bist, dann bist du ein Kochanier. Okay, du hast ja ein Kochanier, das könntest du dann oben gehen. Okay, wir müssen also nur Höhe würfeln wie er. Das ist natürlich interessant. Ich frage sie, ich frage sie, ich frage sie. das war sogar klug oder? Nein, keine Ahnung Du stellst das doch auf der anderen Seite, oder? Oh, ein 2 gegen 2 Spiel Sehr schön Echt oder links Okay, das hört sich einfach an Okay, das hört sich einfach an Na, wie geht das Boot als erster aus der Höhe B auf vorwärts, rechts, Rude, linkes, Rude Also beide sind vorwärts und B, A ist rechts und B ist links Rechts, Rude lässt sich nach links, das Link geht nach rechts Wert vor euch auch Oh, scheiße Wo bin ich? Hier Oh 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 Leute ich bin voll Oh 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 und heute das kann ich ja gar nicht ja scheißspiel ist das das habe ich ja gar nicht kapiert das habe ich ja gar nicht verstanden ich sollte wahrscheinlich vorher training machen wenn ich das spiele das war ja scheiße also das das war ja die kacke jetzt ja ordentlich stehengeblieben sind um haupt bekommen dass es nur ein bisschen höher als ich und nicht in die 20 anwesend zu starten also als die muslimische als geld zum klinik am start bei das müssen wir dann müssen die bildung sein ja wohl wir wollen sie müssen ach so ist es kann ich in mir nur durch wenn ich klein wäre zusammen ist denn was müssen die groß und klein ist es ist ein kleiner ich glaube da ist sogar der stern da wo ich jetzt bin oder ich glaube schon ich weiß auch nicht so genau blutzt blutzen blutzen und blutzen die so seit Jahren für die Sonne ja dass die Leute was haben wir zu sagen wo er kommt das war das Problem aus dem Punkt die Lärmerschein in den Kommentaren was sie sind mit dem Springer so macht es also Maxi Pils da bekommt man was und bei den pilz kommen durch die kleinen dinge dürfen ja was geht das ist was kann ich denn machen ja und die geschahen und ich bin echt nicht von euch Leute und sie haben wir haben die 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 unterschiedlich wie viel man verliert oder oder immer zehn münzen weil er nicht viel gehabt damals lucky minikern zahlfertigt glücksspiel das gute antwort wird jedermanns zukunft ändern und zwei bombastisch die gminne beim minispiel werden verdoppelt das rad hat geschworen lasst uns beginnen große entweichung für stammverteilen aus und die luft aus dem ablass und hof ab zu lassen stammverteilen es sind nur wieder stimme dich mit deinem partner aufwendig zu arbeiten stammverteilen abwechslung ok so so … … … … … … Es gibt meine Party auf Gang, die geht bis 7, ja, also heißt, also meine Party geht bis 7, ja, Z ist Karte, also, es geht bis 7, und ich werde alle 7 Teile spielen, Leute, ja, auf jeden Fall, oh, die Zeit ist vorbei, und ich werde hier mal einen kleinen Schnitt, wieder auf Start drücken, komm, lass mich auf Start drücken, so, gut, sind nur eine 5 von 15, hier mal einen kleinen Schnitt, jetzt geht es sofort weiter, und nicht vergessen, Leute, dass ich wieder kommentieren, teile mich, abonnieren, bis nächstes Mal, tschüss.